Spanky, Chichihuahua und Captain Lilahirn halten Ausschau nach Land. Die sind schon seit einer Ewigkeit unterwegs. Ihre Vorratskammer ist so leer, dass selbst die Ratten das Schiff verlassen haben. Ahoi, Ahoi, das ist die größte Pfütze der Welt. Weit und breit kein Land in Sicht. Ahoi, Ahoi, volle Fahrt voraus. Alle Mann an die Segel. So, ein Vollidiot. Wir sind gestrandet. Alle Mann an Land jetzt. Ich lass mal Chichihuahua runter. Abonnamburgs. Juhu, wir sind frei! Tichihuahua ist ein feiner Kerl! Juhu, wir sind frei! Käpt'n Lilahin und Spanky schleppten das Gold auf das Schiff. Auf der nächsten Insel gab es einen Supermarkt. Dort kauften die sich Kilo weiße Salami, 100 Tafeln Schokolade, 20 Packungen Gummibärchen, 12 Schinken, 1000 Mohrenköpfe, 30 Gameboys, 3 vergoldete E-Gitarren, 5 Eimer pro Ding, 12 Trickfilme, alle Pommes und 150 Flaschen Ketchup, 100 Liter Cola, 100.000 Liter Limo, 50 trockene Brüchen ohne Geschmacksverstärker, eine Packung Brezeln, 30 Laptops mit 30.000 Computerspielen, ein Päckchen Ahoi Brause, 3 Kilo Marzipan, 100 Dosen Hundefutter, 3 Kilo Marzipan, 99 Euro B